Hallo meine Lieben, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis sich die NASA auch zum Thema der UFOs bzw. zum UAP Pentagon Bericht äußern wird. Schließlich ist die US-amerikanische Weltraumbehörde den Stern bisher am nächsten gekommen. Doch wer hätte gedacht, dass sie auch aktiv werden wird und diese nun ebenfalls untersuchen wollen? Zudem macht die Raumfahrtagentur eine sensationelle Aussage, die uns allen Mut macht und die Zukunft der Erforschung von UFOs auf ein ganz neues Level hebt. Auch gibt es ein neues, früheres Datum für die Veröffentlichung der Pentagon-Akten. Das alles und noch viel mehr seht ihr wie immer nach dem Intro. Der neue Chef der NASA, Bill Nelson, hat in einem Interview preisgegeben, dass seine Behörde sich aktiv an der Untersuchung um die unbekannten fliegenden Objekte der letzten 20 Jahre beteiligen wird. Dabei ließ der ehemalige Senator von Florida Sätze fallen, die abermals die Annahme, um eine außerirdische Präsenz auf der Erde, in welcher Form auch immer, nicht mehr als unwahrscheinlich dastehen lässt. Niemandem, selbst in den oberen Rängen der US-Raumfahrtbehörde sei klar, was die durch die Navy-Piloten beobachteten Hochgeschwindigkeitsobjekte sind. Und auch er schließt die Möglichkeit, dass es sich dabei um außerirdische Objekte handele, nicht mehr aus. Im Gegensatz zum Pentagon will der NASA-Chef allerdings keine formelle UAP-Taskforce einrichten. Allerdings wies er seine Mitarbeiter an, mit der Untersuchung aller Fragen rund um das Thema fortzufahren, so wie sie es für richtig hielten. Und dieser Satz deutet darauf hin, dass die Mitarbeiter der NASA sich schon längst mit dem Versuch der Aufklärung des UFO-Phänomens beschäftigen. Schließlich spricht Nelson davon, dass die Forscher ihre Untersuchungen fortsetzen könnten und nicht nun gerade erst damit anfangen. Dass die NASA UFOs bzw. UAPs im Gegensatz zu anderen ernst nimmt, kann man auch an der Aussage der Pressesprecherin Jackie McGuinness ablesen. Es gibt nicht wirklich viele Daten und Wissenschaftler sollten diesen Hinweisen folgen können. Sie sollten nicht stigmatisiert werden. Doch das war noch nicht alles. Denn sie lässt genau die Worte fallen, die uns allen wohl wirklich sehr wohl tun. Denn sie räumte ein, dass die UFO-Forschung absolut unbegründet mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht wird. Eine Aussage, die mir wirklich runtergeht wie Butter. Und das auch noch von der offiziellen Pressesprecherin der größten Weltraumagentur der Welt. Wer hätte das gedacht? Weiter sagt sie, Dies ist ein wirklich interessantes Phänomen und die Menschen sind eindeutig daran interessiert. Wenn also die Wissenschaft dies untersuchen wolle, sollte sie das auch tun. Und so werden sich dann also auch die forschenden Mitarbeiter der NASA an der Untersuchung beteiligen. Zwar in einer anderen organisatorischen Form, doch bekommt diese nochmal einen viel höheren und wissenschaftlicheren Stellenwert. Eine direkte Zusammenarbeit mit der UAP Taskforce des Pentagons sei aber nicht geplant. Allerdings sollen die Ergebnisse ihrer Erkenntnisse zwischen den beiden Regierungseinheiten ausgetauscht werden. Eine ganz andere Stimme der NASA meldete sich am Mittwoch letzter Woche zu Wort. Der Astrophysiker und stellvertretende Wissenschaftsadministrator der NASA, Thomas Thurbuchen, sagt, er glaube nicht, dass diese UFOs ein Beweis für eine technologisch fortschrittliche außerirdische Zivilisation sind. Die Menschen neigen dazu, die Natur zu unterschätzen. Die Natur ist ein erstaunlicher Ort, an dem viele Wunder geschehen. Und wenn wir es einmal verstanden haben, ist es wie, warum haben wir nicht direkt daran gedacht? Im Bereich der Wissenschaft dreht sich alles um nicht identifizierte Themen und Objekte. Also werden wir mit den Werkzeugen der Wissenschaft alles tun, um unser Verständnis voranzubringen. Warum er aber dabei die Möglichkeit einer außerirdischen Abstammung nicht zulässt, beantwortet Thurbuchen nicht. Doch warum sollte das, an was wir nicht gedacht haben, gerade eben doch die Erkenntnis sein, dass wir nicht alleine sind? Auch nicht hier auf der Erde. Meiner Meinung nach darf die Wissenschaft auch dies nicht ausschließen. Und eben das tut sein Vorgesetzter auch nicht. Denn NASA-Chef Nelson sagt zwar auch, er glaube nicht, dass UFOs zwingende Beweise dafür sind, dass Außerirdische die Erde besuchen. Aber er räumte ein, dass es verfrüht wäre, dies als Möglichkeit auszuschließen. Kathy Lüders, stellvertretende Administratorin der NASA hingegen, wünschte sich sehr, dass es Außerirdische wären. Schließlich wolle sie wissen, wie man interstellare Raumschiffe entwirft und würde sich gerne ein paar Tipps abholen. Dabei ist die NASA an sich nicht unumstritten in Sachen UFOs und Aliens. Und ginge es nach den bekanntesten Mitarbeitern der NASA, den Astronauten, sind sie innerhalb der Weltraumbehörde viel präsenter, als man öffentlich zugibt. Denn mehrere Astronauten der Raumfahrtagentur sind nicht nur überzeugt, dass es Außerirdisches Leben gibt, sondern dass Außerirdische Lebensform bereits lange Kontakt zu uns Menschen aufgenommen haben. So auch Edgar Mitchell. Am 5. Februar 1971 steuerte er als Pilot die Apollo 14 Crew auf die Mondoberfläche. Er war damals der sechste Mensch, der den Mond betreten hatte. Bis zu seinem Tod im Alter von 85 Jahren im Jahr 2016 sei er überzeugt gewesen, dass Aliens die Menschheit observiert hätten. Aliens hätten demnach bereits die Erde besucht, um die Menschheit vor einem Atomkrieg zu retten. Auch Deke Slayton, Testpilot beim Mercury-Projekt der NASA, will 1951 ein UFO in Form einer Untertasse gesehen haben. Eine Kamera habe er in diesem Moment leider nicht dabei gehabt. Zu der Zeit aber keine Seltenheit. Gordon Cooper hingegen tätigte eine Aussage, die aktueller ist denn je. Denn durch seine Arbeit bei der US-Luftwaffe, als auch bei der NASA, war er überzeugt, dass UFOs existieren. Er habe diese auf einem geheimen Luftwaffenstützpunkt der US-Armee gesehen. Waren diese die Grundlage für weitere Entwicklungen der menschlichen Technologie seit den 50er Jahren? Und auch der Physikprofessor und ehemaliger NASA-Astronaut Brian O'Leary sah zu seinen Lebzeiten reichlich Anhaltspunkte dafür, dass wir von Außerirdischen kontaktiert würden. Es gibt zahlreicher diese Aussagen und etliche davon könnt ihr in einem weiteren Video von mir sehen. Klickt einfach oben rechts auf die Infokarte oder auf dem Link in der Beschreibung. Und dann bin ich euch noch das neue Datum für die Veröffentlichung schuldig. Wie es nun aussieht, sollen diese bereits einen Tag früher als bisher angenommen das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Am 25. Juni werden wir dann hoffentlich mehr erfahren. Und nun meine Lieben sind wir wieder nicht ganz am Ende des Videos, denn ihr habt mich auf etwas ganz Wichtiges hingewiesen. Denn da habe ich im letzten Video bei meiner persönlichen Ansprache ganz vergessen eine ganz besondere Person explizit zu erwähnen. RealMystery, denn er ist derjenige, der mich wirklich sehr sehr oft zu seinen Livestreams eingeladen hat. Und viele von euch sind sicherlich nur durch ihn auf mich aufmerksam geworden. Also nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön an dich und der Mystery-Bande. Und wo wir schon mal dabei sind, muss sich noch einige Dinge loswerden. Früher habe ich ja immer gesagt, dass ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Allerdings ist dies bei rund 500 Kommis am Tag nicht mehr ganz machbar. Deswegen verzeiht mir, wenn ich euch nur in Anführungsstrichen ein Herz da lasse, um zu zeigen, dass ich euren Kommentar auch gelesen und wahrgenommen habe. Und ich habe mich wirklich über die vielen positiven Rückmeldungen gefreut. Und während ich das hier gerade einspreche, bekomme ich schon wieder Links und Anfragen. Zu Themen, die ich auch bearbeiten könnte. Doch auch das müsst ihr mir verzeihen. Ich habe einen ganz normalen Job und noch ein klein bisschen Privatleben und muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen. Und deswegen kann ich auch leider nicht alle Themen bearbeiten, die ich gerne bearbeiten wollen würde. Aber so wie ich euch kenne, habt ihr sicherlich Verständnis dafür. Und während ich so offen hier rede, frage ich mich, ob ihr weitere persönliche Ansprachen von mir hören wollt, die ich natürlich ohne Skript einspreche und manchmal etwas holpriger daherkommen, aber euch vielleicht einen Mehrwert bieten. Also falls ihr Bock darauf habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie immer. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Also behaltet die Augen offen und bis zum nächsten Mal.